hallo zusammen heute hier aus hollywood ich sitze hier auf unserer hollywood schaukel genieße die letzten paar sonnenstrahlen kann ich sagen weil die sonne schon weg also sagen wir mal tageslicht strahlen und möchte euch heute meine kurzen impressionen schildern zum briar fox der briar fox ist ein crumble cake habe ich noch nie gehabt vorher und zwar besteht aus virginia und burley so weit so gut schauen wir mal wie er sich so raucht also zunächst mal hatte ich ein wenig sorge wegen des cakes aber man muss nichts schneiden oder so es ist halt kein plack man kann es direkt so aus diesem brocken in die pfeife bröseln oder sich einfach die richtige portion da abbröseln ab in die pfeife entzünden völlig problemlos alles gut auf der dose heißt es ausnahmslos sanft sanfte virginias und burleys und das kann ich genau so unterschreiben es ist tatsächlich ein unheimlich sanfter blend ich finde die balance zwischen der süße des virginias und der nussigkeit des burleys ist hier richtig gut gelungen was ähnliches habe ich bisher nur geraucht mit dem dunhill ready rupt der natürlich um einiges hochpreisiger ist jetzt als dieser tabak aber der ist von der qualität her nicht schlechter auf keinen fall richtig schöner unkomplizierter all day smoke perfekt für virginia liebhaber für burley freaks klare empfehlung besorgt euch eure portionen und genießt sie wir sehen uns ciao euer jean